Hi, schönen guten Abend. Ich hatte für zwei Personen reserviert. Für zwei? Ja, ja, für zwei. Für zwei. Und ich schäme mich auch immer auch nicht. Natürlich ist mir klar, ich sitze mit dir in einem Restaurant. Und ich weiß auch, dass so eine Felge bist. Aber ich scheiß drauf. Warum? Weil ich dich liebe. Lass uns nicht lange reden. Wir tun, was uns gefällt.